Ich find die ok, find die ganz cool Pass ist ja mal der größte Schmarrn den ich jemals gesehen hab Spider-Gwen ist geil Ja das ist das einzige gute an dem ganzen Battle Pass Ja ich hab den wieder vergessen Aber ja ist ok Also wirklich das ist das einzige was da gut ist Der Rest ist nur Quatsch Da hab ich mir lieber den Stonks äh Skin geholt Achja den hast du, das hab ich auf Snapchat gesehen Alter ich wollte mir mit dem Kumpel eigentlich den Monclair Skin holen Der wär so geil aber wir haben nicht genug Coins Cup leider 17 Wuuu So Ja haben wir grad festgestellt Soweit ich schau noch mal kurz drüber Ob ich alles richtig gemacht hab So Quali-Spend haben Peter und Gibmann Also hallo Twitch jalla alle Dings äh äh Sound integrieren Anmachen Sound integrieren Sound integrieren Anmachen Aus So 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 Also Jan ich kennst du Also klar Kannst du doch Jose Mourinho den Trainer gell Ja So 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 Ehm Ich dachte wir sind immer so frei heute machen wir mit ein Fötten wir rein zu holen Schau mal Mann Oh nein 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 Nein, nein! Geht! Ich hab' mit! Nein, 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 nein! Oh mann... Ich hab' 5 Sekunden! Lass mich so jemand von anziehen! 5 Sekunden! Oh, hätte ich gucken müssen! Hätte mal mehr zu tun gehabt! Ja, hatte ja so wenig zu tun... Ja, und trotzdem übersehen! Aber psst! Ja... Hihi... Pass schon... Ähhh... Hioshi ist irgendwie komisch, dass wir im führen, oder? Es wird sich wie Wild an... Es wird sich wie Wild Hark viät an! Und das Ding ist, das ist, finde ich gerade eigentlich ein bisschen anders, weil ich mir jetzt gerade ein bisschen Hoffnung mache, wenn ich auf dem Rennen auch noch auf dem Podium bin, dass ich anwende auf die WM eine Chance habe, was ich aber absolut nicht haben werde. Lass mir die Rilogy rausschmeißen. Sagst du heute wieder ohne Zertappen. Nein, Spaß. Nein, Spaß. Also, passt auf, ich muss sagen, Glückwunsch an Kevin und KitKat, die haben es geschafft, das richtige Team auszuwählen. Mein Glückwunsch. Habe ich nicht erwartet. Ja, das ist unglaublich. Ja. Unglaublich. Unglaublich ist es. Ja, ist es. Wie findet ihr eigentlich mein geiles Emblem? So ein Räder von allen Zertappen. Nein, das ist wirklich, dass ich hier bin. Scheiße, sieht das aus. Scheiße. Nee, warte, wo bist du? Sag, wenn du ein Hund als Emblem. Du Hund. Kein Hund, das ist, glaube ich, ein anderes Tier. Ja, das ist ein anderes Tier. Ja, keine Ahnung, kann man ein Wolf sein. Nee, ein Wolf gibt es ja schon, ein Semblem. Wolf ist ja im Grunde ein Hund nur anders. Äh. Jägermeister. Echt cool, gell? Ja, Jägermeister heißt. Wenn du, wenn du den Hintergrund grün machen würdest und den Hirsch tausst, wäre es umso besser. Hintergrund grün und der Hintergrund muss im Kreis sein. Dann hast du wirklich Jägermeister. Aber ich fand irgendwie diese, diese, diese ähm, diese Sanduhr passt irgendwie voll gut zu diesem Hirsch so von der Form her, weißt du? Das stimmt. Ja. Timo kombiniert gerne Hirscher mit mit Seidrohren. Oh, was hab ich schwer angelernt. Oh, was ist Timo? Nee, nee, das ist das erste Mal, dass ich nach 50% bei euch in der Party bin. Ja, ist auch schön. Licky Silent Pläne, das haben wir nicht so gut. Das ist nicht Quatsch. Mein Spaß. Jetzt wirst du mal bei den Leuten, die Spaß noch dran haben und nicht rein-threaten. Timo, was machst du eigentlich, wenn Ungarn regnet? Du bist so ein Schöpfelderfahrer. Ja, dann bin ich wie einfach die Tobi. Okay. Timo, dann muss ich aber dann nie, also ja, ich red hier da schon raus, bestimmt. Ich sag einfach dein Internet. Wie letzte Woche. Entschuldige einfach, mach Mehl dann aus. Mann, bist du smart. Leg mich auf Arsch. Nikita ist Quatsch. Ich sag jetzt, es geht los. Nee, es hat Basti auch mit. Hallo. Stopp. Hallo. Sind wir alle? Ich glaube, er tagt hier. Basti bald Geburtstag, der wird ja fast minus 1000 Jahre alt. Oh, f*** dich schon wieder an. Oh nein. Nein, 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 nein. Du bist jetzt einfach wilder Au. Ich. Nein, stopp. Nein. Was sagst, Kalle? Neuner Fingst wird älter. 801. Ich bin älter. Wenn es vor Christus ist, dann bin ich älter. Meine Güte. Diese Diskussion, ey. Weißt du? Ja, aber woher soll man wissen, ob es vor oder nach Christus ist? Weil, weil, weil unsere Rechte meistens vor Christus geht, nicht nach Christus. Das ist ja Kalle so gesagt. Habe ich nicht verstanden, aber ist scheinbar so. Und seitdem war auch Kalle. Also, ich habe schon mit unser, äh, mit Patrick darüber trainiert, weil ich das nicht erinnern darf. Weißt du, wie man sich an Ungarn-Test-Trennen erinnert. An das ich selbst sogar schon, äh, vergessen habe vor zwei Wochen. Wir erinnern uns, ja gut. Wir erinnern uns. Äh, mit Patrick habe ich eh gestern noch eine Rechnung offen. Der Wichse hat mich hinten angeschoben, habe mich aus der Kurve rausgeschoben, habe mich dann überholt. Also, ich, ja, ich habe, ich habe mir gestern gedacht, ich glaube, es hat hier. Pikachu gewinnt heute, sag ich euch. Also, ich, ach, die haben sich wieder raus. Also, ich hoffe, Wenn jemand gewinnt, dann gewinnt Markus Besen. Nee, ich habe meine, ich habe meine Kalle auf, ne, ich habe mit dem heute schon trainiert und der war einfach eine Sekunde schneller. Bitte, Regen, bitte. Wer, wer, warum? Ich hatte kein Regen, Alter. Wehe hier Regen jetzt. Ich sage es euch. Aber Regen war ich gut. Regen würde ich auch uns gegen die Verkennung. Ich war gestern voll gut in Regen. Ich will Regen. Aber du bist gut in Regen. Ja, dann, Achtung, ich fahre nächste Woche Singapur. Ja, in der 100%. Ja, in der 100%. Ja, weiß warum. Weil nächste Woche im Winterf auch Singapur ist. Ob du es glaubst? Ich bin dabei in Singapur. Ich nicht. Und Singapur ist der Oh nein, oh nein, oh nein. Es fängt schon wieder an. Oh nein, kein Regen, 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 kein Regen. Schwarze Bildschirm, Schillig. Kein Regen, kein Regen, kein Regen. Warte, Leute, in der Box. Hallo. Bitte warten. Kein Regen, kein Regen, Kein Regen, yes. Kein Regen. Ja, okay, Leute, das war's der Punkt für heute. Warte, restart? Restart. Deine Mutter restart. Wer will restart? Ja, ne, Wetter ist ja schon. Das Wetter muss ich sagen. Ja, ne, Benzineinstein, Benzineinstein. Ja, ne, danke, danke, danke. Ich hätte gerade einfach 13 Routen Benzinen, Schillig. Was hast du für ein Setup? Ungarn. Äh, ich weiß noch nicht. Da war 13 Routen, äh, Benzinen drin. Ich weiß nicht, von wem ich mein Setup kopiert hab, aber es ist gut. Ja, aussieht als Routensprit. Ich hab' den Dennis Herber wieder erstellt. Ich hab' den Voll Scheiße. Ey, Patrick wurde schon einmal rejoined. Ja. Die Netzwerkbrandweite des Postes. Tja, 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 Tja. entspannt entspannen da hast du das Handicap nicht mehr ähm nicht mehr so kritisierend wir haben doch wieder beim Start wieder frische Reisen gell? ja sehr gut mach die Reisen geh wo ist eigentlich der Ersatzfahrer? einfach Romeo ist Kitchat und ähm Niki das Mädels ist Kevin ich weiß was du warum? weil wir noch keine Ersatzfahrerpunkte bekommen haben du Wixer ich dachte Kevin wollte gewinnen für Mercedes kennt der? oh Gott das war ein Bremschild ne geh fix ey Kevin nicht der schlechte Kevin tut mir leid Kevin aus dem Nachhinein aus aber äh falls Kevin heute mit? ne achso der GPC ja yes falls Phil heute mit? yes ne Phil natürlich nicht ach man oh mein Gott Phil fährt nicht in Hunger mit oh mein Gott Phil ja das war vielleicht mal ein gutes Rennen letztes Mal ist Phil in die Wand gekraben ich bin gespannt nach dem Hämme ich hab bei der S Kurve gezeigt Max Joach ich mag Phil Phil ist ne Legende dazu hol Kalle mich grad ein? was ist mit dem los? Kalle weg! Hallo GUAT habe ich gehört ahahahahahahaha Halle Halle einfach GUAT ich bin nochmal schnell oh mein Gott unser Da bin ich grad sagt GOAT wie bei AOT eigentlich Part 2 Oh weh, hast du das Intro schon gehört? Nee, ich hab noch nicht angefangen Part 2 Hä? Also, ich fang die jetzt an Achso... Bestes Intro ever Ja, hoffe ich Ich mag die nicht Irgendwann wo es geht Kalle ist in die Wand gekraut Und da wurde rausversteunigen auf Tazier und hat sich gleich weggehauen Kalle, das sieht gar nicht gut aus Ja, und hier kam Sebastian Bette Äh, BÄM Ja Bisschen früh, war? Kalle, 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 Kalle Läppel du am Arsch Oh Mann, Kalle will der wirklich Ligaband kriegen, also Wieso unnächst so ungültig? Leck mich doch am Arsch Digga, Kalle Digga, er steht drei Leuten auf einmal im Weg Was hat er gemacht? Die will das ich gar nicht vorbeilassen müssen, aber trotzdem danke Zuerst hat er nicht geklaut Dann, äh... Hütte und dann Rydda Äh, Verritti meine ich Oh nein, ich will in Kalle nicht morgen wer was reindrücken Moment mal, ich hocke dem noch erster, ist mir siebter Hallo? Ich hab nicht allen, aber... Ich hab drei Bremschläder umgeräumt deswegen Oh Gott, ich fühlste In meiner Zeit, da geh ich nach Sie, weil Sie Platz nach oben Damit ihr euch fest einstellen könnt, wie kritisch das gerade eben war Achso Wie du so ne Vorstellung hast Oh Gott, Kalle, am gewissen Punkt kann man ja auch nix mal machen Ist mein Pan der irgendwie beim Fahren? Ja, der war schon auf der Linie und er... Ja, der macht uns nicht absichtlich Was macht der, Kalle, weg? Das Ding ist... Das Problem ist aber... Wenn man ihm aber mal was sagen möchte Weil man's gut meint, kommt dann sowas Nee, ich brauche nie wieder eine Standrocke und überhaupt keinen Bock Oh, du kannst Boxen einfach ziehen, oh nein! Ja, du hast es miterlebt Ja, du hast es miterlebt Wir waren mit ihm eine ganze Season einer Party, also... Also wirklich, ich war... Er war schon auf der Ideallinie Und stattdessen rechts zu sieht, sieht er noch weiter allerdings Ja... Irgendwie finde ich schon abkrumm, dass Mercedes einfach direkt Bei der Boxen einfach rechts rancht Nee, das hat mich Monaco gefickt Weil ich bei 0,4 Sekunden gedrückt habe Und trotzdem zu früh war Ja... Ja... Und da kam Niki... Nee, da kam Sebastian Vettel Und hab mich halt Niki in der Box geholt Habe halt belastend Ja, war ein guter Tick-Tock-Clip Hat nur Klicks gebracht Ja, wir Jungs Das wird mich richtig belastend Ja, also... Also hast du mir jetzt alle meine Clips gut äh... Alle Clips waren gut an, außer denen du noch selbst gemacht hast Alle Clips waren gut Ja, weil ich da mitfahre Was war denn heute? Ach du Scheiße Ich komme mir gar nicht Zeitabellen an Ich freh mir das nicht an, du persönlich Ach so langsam Okay Ähm Ja, okay, fick dich Anyway Ähm Ach, da weiß ich heute, das ist schwierig oder mach ich am Rennen? Was soll Stube schon schief gehen? Da muss ich, da muss ich noch eine Zeit setzen Also eine 1, 18, 6 ist ja unterirdisch Ey, das waren die schlimmsten 3 Äh, die Einfachsten 3 Strafpunkte, die ich mir je geholt hab Ne, ich hab echt gedacht Ich komm diese Saison ohne Strafpunkte durch Schau mal Peter an, da hat Elf in der Rennung Ja, das war... Ja, Peter, wirklich Würste Strafpunkte Oh, Patrick Wem wolltest du vorbeilassen? Patrick Patrick, ja Was er mir beim Vorbeilassen reinfährt, kann ich ja nichts für Das heißt halt schon Abrupt Was heißt abrupt, aber Ungünstig Nennen wir es ungünstig Mein Gott, wär ich auf KI gegangen, wär er mir reingefahren, hätte ich auch nicht Strafwerk gekriegt Ich hatte keine Wahl Ähm Ja, ey, besser als Elf Strafpunkte wie Peter Und Peter fährt rein So, weiter geht's im Let's Play Hey, nein, ich fahr grad raus Peter hat zwei Rennen Peter hat zwei Rennen mitgefahren Wirklich Ja, hat Kalle das Rekord geschlagen Das ist eine Kunst Ich Jan und ich waren uns so richtig und so Ja, was machen wir, wenn jemand in ein Rennen drei Quartenspielern mit mir Bekommt er dann einfach drei? Nein, bitte Kalle, bitte Bitte Kalle Kalle Bitte nicht rum auf Kalle Mann Wieso denn ich Kalle Weg Mann Weg Was ist denn hier los? Es ist wieder an die Wand gefahren Hallo Es ist wieder an die Wand gefahren Hallo Nächster ungültig Ich hab Mercedes Divebomb 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 Oh Kalle Oh mein Kalle Oh mein Kalle Weiß ich nicht Vorhin sag ich schon Kalle ist richtig schnell Ah Vor allem ich hab's ja schon angesagt schon zwei Minuten vorher komm wir müssen jetzt wieder im Quellen Und weiter, glaube ich Was, Bruno? Es war fast ein Rad weg Fuck, ich habe meine Hotline nicht ausgeschaltet Der Profi Mann Der Profi, Digga Warte, was liegen hier für eine Zeit auf der Strecke rum? Ich denke, ich habe Angst Ich glaube, Kevin ist abgeflogen Wo? Kevin, was geht ab? Der Profi So, Ryder, jetzt müssen wir ein bisschen mal Ich hatte nie einen zweiten Sektor Hä? Du hast noch nie einen zweiten Sektor Ja Damit wir den Kriegsverlager zurückgemacht Okay Wirklich, warum ist meine Zeit jetzt schon schlecht? Ah, scheiß auf der Ich weiß noch, warum meine schlecht ist Soll ich wieder kein IAS habe? Ich bin doch im Arsch Trotzdem wieder unter Verbesserung Äh, Nemes wird einfach 15 Euro Der ist immer eine Sekunde schneller als alle anderen Ja, das habe ich doch genau gesagt Ich fahr nochmal ran Ich fahr nochmal rein Zeitgurse, dun 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 Oh Gott, wenn Kali jetzt in der Box auf mich hinten drauf fährt, ne Ich sag's ihm Aber der hat doch keine Rennsperre gekriegt, oder? Ok, der fährt wohl ja Ja, noch nicht. Nee, er hat nur einen Strafpunkt. Er hat einen Strafpunkt. Einen Strafpunkt, du! Ja! Hä? Das kann jetzt sein. Doch. Gret, wer hat denn die angeklagt? Der kann jetzt aber zu lieb, um angeklagt zu werden. Manchmal. Ja, der ist viel zu lieb. Der Rest, du klagst mir einfach an. Weil, weil... Ich glaube, ich hab's aus dem Argen. Deinen Fall, Timo, zu besprechen war interessant. Weil wir da dachten und so, wie kann das passieren? Deiner checkt es ja auch gerade euer Audi mit einbezogen habt. Und hier kam Sebastian! Vettel! Und? P8. Machst du dir eben schon P8? Immerhin. Ich bin 11. Ah, wenn ich hier halte, ne? Aber dann war ich kurz wieder P11 oder so. 11. Oh ja, ich mein Reifendruck. Ja, okay. Da war man. Ch-ch-ch-ch-ch-bated. Ch-ch-ch-ch-ch-bated. Jetzt hast du einen nächsten Song, oder was? Das ist kein Song, Junge. Das ist kein Song, Junge. Komm, Kevin. Die, du musst... Ja, leider ist auch kein Song, ey. Gute Punkte holen. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Meine Puppen-Mama heißt Leider. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Das macht keinen Sinn. Denn sie... Schöner, Jünger und Geiler. Ne, Jünger, Schöner, Geiler. Schöner, Junge, Geiler. Schöner, Junge, Geiler. Schöner, Junge, Geiler. Musik, Mann. Wir sagen Dankeschön. Hehehe, Dankeschön. 40 Jahre. Viva Coloni. Ja, wie... Ich bin jetzt kein Hautsehbar, aber okay, danke. Wir haben auch immer Durst und glauben an Ihren Gott. Was? Was fängst du drauf in Scheiß? Ne, das ist so geiler. Wir glauben an den lieben Gott und haben auch immer Durst. Ach, scheiße, ey. War nicht ohne hier. Der Kölner kennt sein Köln-Schnie, aber ich wohne in Bayern und weiß das, weißt du? Also... Das ist Quatsch. Das ist doch Quatsch. Das kennst du auch Timo. Ich kenn auch Lea. Lea, 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 Lea. Wenn... Das... Das wollen wir auf TikTok vorschlagen. Einzig. Das Stamm war... ...bar... Jetzt wollt ihr bei TikTok vorschlagen. Leute. Na, nein. Dein Gesang online. Teidee, Lea, 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 Lea. Ich möchte gern... Wir haben ein tolles Problem. Ich glaube, dein Gesang könnte zum Twitch-Band führen bei mir. Wegen... Überhören... Vergewaltigung. Timo, ich will grad rausfahren. Oh, mein God. Ey, ich kenn wirklich nichts besseres als bei der Hotlab, so ein Gesang von Ryojis zu haben. Wirklich. Das ist das Beste, was ich in meinem Leben hatte. Warte, ich hab noch einen Twitch-Follower, hoß Bruder, 20 gegiftete, schnutz. 20 gegiftete, warum ist denn hier wie ein Gabe, weil Kalle hier ist, das so. Ich lass mich mal vorbei. Mach schmuss, Digga. Ich lass Kalle mal vorbei, ich glaub das ist besser für uns alle. So, oh, ich brauch ein anderes Benzin. Niki, du hast noch keine Runde gefahren, ne? Ja, weil Kalle da ist. Zweimal hab ich Kalle gehofft, einmal hab ich grad dein Gesang aus der Konzentration gebracht. Kann machen. Und dann tut's mir sehr leid. Nein, Spaß, alles gut. Ich hab einfach wirklich überdekoriert. Ich glaub jetzt mein Chef auf Deutsch, um das stressen, ich hab Japanisch langsam. Ich will den nicht verstehen, ich kann ich nur auf Japanisch. Ach nee, ach, dann, ja okay, dann auf Japanisch. Chef auf Japanisch ist der Beste. Aber ich verstehe, Mann, von sowas. Ich verstehe, Mann, von sowas. Wollte, du bist der Beste. Feine Lab, feine Lab. Ja, Entso. Der Rest verstehe ich einfach gar nicht. Da hat er nicht mal Zen-Bot gesagt? Ja doch, safety car, safety car. Alter, Ryuji, wie wild wär Japanischer Chef mit irgendwie Ehrenjägerstimme oder so? Alter, nee. Kennst du die Stimme? Hast du Fire Force geschaut? Was hab ich geschaut? Fire Force? Nö. Ist das Feuerwehr, Mann. Hast du Attack on Titan auf Japanisch geschaut? Safe. Kannst du dich an die japanische Stimme von, ähm, wie hieß der, äh, wie hieß der Blonde? Hier, der gestorben ist. Armin. Äh, no, äh, Janni ist Hauptsache noch. Äh, stopp, stopp, stopp. Ach, ich weiß, wen du meinst, ja, die wär noch wilder. Die wär noch wilder. Ich weiß, wen du meinst, ja. Die wieder Stimme als Endeaktor sofort. Oh, so, do, do. Ich weiß, wen du meinst. Ich nicht. Ehrenjäger. Den kenn ich. Oh mein Gott. Ehren einfach in der vierten Staffel Haare blöde. Das war der Heckflügel. Das war der Heckflügel. Ja, ich fahr mal langsam raus. Ich muss auch langsam mal eine Runde setzen. Ryochi, wann kommt, äh, das Final Part, der zweite Teil, ich glaub im Februar oder so, gell? Äh, Februar. Können wir gerne gemeinsam schauen? Wir treiben, wenn der da ist. Alter, das wär so wild. Das wär echt wild. Aber Janni müsste sich doch nicht... Oh mein Gott. Du musst dich nicht stehen. Die musst du nicht stehen. Die musst du nicht stehen. In, äh, in fünf Monaten... Äh, Niki Moin, was geht ab? Äh, ich bin's nicht. Na gut. Soll ich mal langsam reinfallen, dann bin ich schon eine Runde hinkriege. Du findest du nicht als 16 der Starter. Oh, nein, 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 nein. Wie, äh, äh, äh... Jochen Moin, sie sagte gelb. Mein Gott. Oh mein Gott, wem weg, 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 weg. Ich wär fast so schweifiziert worden. Aber, wie ich, in Ungarn damals, nee, so in Japan. Ey, ich hab mich grad in die Box eifert reingedreht, voll kann in die Boxen mau reingeknallt. Ohohoho, ich war auf der vollen guten Runde. Jannik, hast du mal in die Box, ne? It's a mental breakdown. Ich hab das, ich hab noch keiner mehr. Also hab ich keine frischen Soften mehr, dann steig ich auch scheiß rein, obwohl ich soffne Rennen eh nicht. Nein, du hast noch einen Soften. Was stimmt, der kannst du auf dem Rennen vergessen, da bist ja... Stimmt, dann hab ich noch einen, stimmt. Ja, da muss die Runde jetzt sitzen. Oh nein. Ah fuck. Also wenn ich auf 11 starte, dann ist das schlecht. Weil ich hab hinten noch weg, bis du auf 17. Ich wohne auf, das ist aber doch. Ich mein, ich bin 16 der gerade, der... Ich kann ja auch noch schnell. Ja, ähm... Dinger, der qualisiert. Ich glaub, gib mal einen Gramm. Ja, der hat noch einer. Okay. Hatte vorhin gesagt. Oh mein Gott, ich fahr 45, 48 Flüge, heilige Scheiße. Eigentlich da für'n Setup rausgesucht. Ich lass, dass du keiner mehr Platz, ich hab da so mein... Meine Sorte. Das ist von Singapur. Versteh nicht. Oh, was bin ich? Ich glaub, das wird nix... Ah, scheiße. Habt ihr gerade gesagt, dass Kalle weniger Strafpunkte hat als ich? Ich schaff keine mehr. Ich schaff nur einen, aber ich hab keine S mehr. Oh, bin ich jetzt rausgefahren? Dann bin ich dumm. Ja, nee, du schaffst noch einen, natürlich. Ich hab anderhalben Minuten. Ja, schaffst du. Das schaffst du noch. Ja, ich muss doch rausfahren. Ja, ich muss doch rausfahren. Ja, dann schaffst du noch. Ja, das schaffst du genau. Das würde auf den letzten paar Sekunden gehen. Ja, nicht, wenn ich jetzt die große Leute vorbeilassen. Und was machen die denn hier? Die große Leute vorbeilassen. Ich hab ja hinter mich grad zu, der Train. Ja, da gibt bisschen Gas. Vielleicht schaffst du es in den letzten Sekunden. Ja, Nemes auf jeden Fall. Ja, Nemes hätt ich ja raushauen können. Ah, der Kalle ist zu elf, was genau. Genau, an sich willst du es schaffen. Wenn man ein bisschen pusht. Burschgelb. Achso, ganz so streich gebildet. Ja, P10, geht sogar für Ungarn. Bin ich Kalle auf P12 gefahren? Kalle war nie weg, inside Prime. Hat Kalle überhaupt schon mal Punkte die Saison geholt? Nein. In 50%, ne, in 100%, glaub ich, oder? Ja, da öfter. Ja, als DNF. Da ist es aber auch einfach, muss man sagen. Ja, als DNF. Muss man fairerweise sagen. Aber eine Runde geht mal, oder war mal? Ich weiß. Ja, geht mal. Ich schaff's grad noch so, glaub ich. Ich kann dir sagen, wie viele Sekunden ich dann noch hab. Aber fuck, ihr habt 0,4 Runden bei 10 Jahren. Er wird weg! Ne, das wird eng, das schaff ich nicht. Ich hab nur sieben Sekunden gehabt. Ne, ich schaff's nicht, sorry. Scheiße. Ich fand doch gemütlich aus. Oh, oh, okay, okay. Ich hab kein Benzin mehr. Ich hab kein Benzin mehr. Ich hab kein Benzin mehr. Das ist jetzt schon wie ein schlechtes Ohm. Ich werd's kein Bab. Oh, KitKat ist schon in der richtig klassischen Stelle hier in DNF-Gang. Ah, ah ja. Da, da, wo Niki mich gekillt hat. Ball of RAC. Was? Ja, beim Testrennen. Ja, beim Testrennen. Mit Chilo, wo wir da zu dritt oder zweit da in die Kubik fahren sind. Da werd ich mit Chilo zu zweit in die Kubik fahren, dann hab ich mich voll wegballert. Scheiße! Die Runde war super. Fuck, Alter. Sorry. Ich hab kein Benzin mehr. Scheiße. 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 Hä? Ryochi! Moi! Was? Was tut das? Er chillt da einfach. Einfach NPC. Niki. Disconnect. Noch nicht mehr wieder. Ja, ne? Bist auch noch schnell? Hör auf gar nichts. Im zweiten Gang ballern die Arme haben. Kack, da hab ich halt voll parkiert, ne? Sie! Ähm. 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 War so unnötig, Alter. Ähm. Ähm. Kalle hat mich halt... Derbe. Lockiert. Ey, wer fällt denn jetzt wieder die Box in die... Ja, scheiße. Ja, meine Reifen zu sparen, du Wichser. Okay, Tribble. Auf jeden Fall hab ich ganz frische Reifen bei Brenn. Frische Software. Ja, äh... Ich weiß aber nicht wann ich joinen so um Bugsüber mal. Ich denk ich join erst nach Start. Neustart, Frage des Reifen. Nee, braucht den ich. Nicht wegen mir. Hm. Haben wir auch nie gemacht. Nie wegen mir, nein. Gebt man krank. Kevin Pasch die... Kevin will die Zeit. Also Niki, ich schwirr und schmerz mit dir. Kaya hat mich auch erfolgreich einmal aufgehalten. Du weißt, wie viel mehr das inzwischen ist. Du weißt, wie viel mehr das inzwischen ist. Eins gönnt sich einmal richtig. Oha. Oha, Bro. Mama, Mama, Rennstart. Äh... Wir machen Rennstart um... 30 ist so eng, oder? Achso, okay. Mach Filter weg. 1,18, 0. Das ist nicht gut. Das ist... Meine ist auch richtig. Ich hätt halt, also... Ich wär auch am Wider vorbeigekommen wahrscheinlich, aber naja. Wenn ich wieder blöd bin und mich da irgendwo rausdrehe, wo man sich nicht rausdrehen soll... Äh, Tabellen machen! Äh, Tue 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 Tue. Oha. Rennstart 1932. 32, ey. Das ist ne Kackzeit. Jetzt geh ich aber noch mal kurz kacken. Ja. Schmier... Ja. Hier muss hin, wenn letzte Season gefahren... Medium-Hard, ne? Wer wedstet das KitKat A drückt? Ja, ich bin links. Immerhin. Ich bin rechts. Wichter danach, ne? Das ist Quatsch. Äh, was sind wir gefahren? Ja, das liegt mir auch Medium-Hard vor. Miii... Soft Medium-Hard. Soft Medium-Hard? Jo, enorm auf Floor. Gena, auf. Das ist es, Bro. Okay, schau mal. Jetzt sind die Bank jetzt. Jetzt können wir besprechen, ohne dass sie was klauen können. so also ich würde sagen wir fahren ja 16 90 grad so dumm oder das ist aber nicht ziemlich gut wir müssen wir es kommt eh wieder alle reifen weil 20 60 ist aber wann fährst du ein rhein eine frühe oder eine später eine früher okay alles klar dann nehmen wir mit 75 75 runden einfach 100 prozent rein ich habe noch ein bisschen länger anbieter fährst aber ich mehr fahr weißt du marco spesen wir geben uns nur alle ich habe gestern bei netflix mit kubrakai anfangen die serie so strong hast du mal angeschaut? ne immer noch nicht ich weiß wie ich irgendwie jede woche drüber redest wenn ich nein sage ne stimmt geh ich schaue es dir an ja ich will auch erst gucken aber er ist auch hier fertig bitte ja 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 ich bin erstaunt von unseren leuten ja ich auch was? noch keine a gedrückt mein renndirektor der netz hallo genau hier vom stück bin ich nicht erstaunt okay so okay also wer ist denn hinter uns Timo? Kalle, Basti, KitKat, Kevin, Nicky, Colin scheiße ich habe irgendwie angst vor vor Basti und Kevin vor dem hast du Angst ich habe von allen hinter uns Angst aus der Nicky ja jetzt wo ich sag scheinbar ja es sind alle benutzt Quatsch außer gib mal ein Gramm ne last to first das ist doch wieder das ist doch kacken oh scheiße weißt du was geil wäre wenn die KI A drücken könnte das wäre auch ein geiles Feature wenn die KI über die man könnte das ist ja Premium genauso wäre es Premium wenn jetzt aber nicht die KI noch eine Runde mehr fährt und einfach in dich reinfährt ja ne das geht nicht weil da nicht vor mir ist Gott sei dank diesmal geht das nicht ein anderer wäre ein Problem Lea 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 MbH okay also heute wird es auf jeden Fall schwierig Punkte zu punkten heute wird es ich bin nochmal auf ah schmerzen was ich bin auf der Welt du Wichser ja ja geh halt mein Gott hallo Twitch übrigens wir lieben dich ja was brü wir werden hier wieder Geld werden wir ja schon alle nehmen es Oma schau zu liebe Grüße an nehmen es Oma äh grüße an Kalle Schwiegerelter gehen auch raus an Kalle Schwiegerelter natürlich geht auch raus ja ja schau mal was dabei die so labert ist überhaupt da ist gar nicht da ist gar nicht da die Zuschauer haben einen neuen Stück ich dachte grad dein Stream hat nur ein Zuschauer aus Okulbem Junior ich würd grad sagen ey also Jannis 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 war ein Filzpartner weiß ich nicht bald zu Filzpartner bald bei Red Bull äh ne Master Kiefer in E-Sport weiß ich nicht ja wenn du auch hier Red Bull Qualität in deinem Stream hast wenn du Resetest dann nicht ich hab's ja ein Red Bull Trikoant Red Bull bitte sponsor mich doch ich hab du Walking Dead T-Shirt ah mein Aston Martin T-Shirt ist also meine Mutter traut sie es noch nicht mir die Frasche zu tun weil sie nicht wer es wieder kaputt geht wie es lässt hat Nemez ne Ungarn Flagge? ja der ist Ungarn der kommt aus Ungarn oh ah der hat Heimrennen der hat Heimrennen heute oi was hab ich gar nicht äh ja also wir haben gar keine Heimrennen weil die noch schon irgendwas fahren müssen alles so Deutschland wird nicht gefahren Tschechien hat keine das wüsst ihr jetzt keine? wie komm ich jetzt auf Tschechien? weil ich halber Tscheche bin? oh weh oh weh oh weh so ich hab hibarnische Wurzeln na gut ich hab ungarische Wurzeln ja ok ich habe rumänische Wurzeln warum weißt du sowas? weil meine weil meine Mutter da aus dagegen kommt boah ich hab ich hab ich hab ach wirklich scheiße ich bin komplett deutscher hab vielleicht 2% russische Wurzeln Digga und hab gar keinen Heimrennen Wurzeln Wurzeln ich bin zum Teil Italiener also Ferrari war mein 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 ich hab sogar 2 Heimrennen zu dem wir nächste Woche nicht haben weil ich im Urlaub bin warte du bist nicht wirklich da? warte 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 stopp das hab ich schon ewig gesagt dass ich nächste Woche im Urlaub bin nein hab nicht doch hab ich schon oder ja ne hast du es schon aber es ist schon nächste Woche? ja wir brauchen wir brauchen wir brauchen wir brauchen Markus Besen ja bitte ich mein schau dir das Ding ist Team Wertho ne? ich mein wir sind uns ja einig wenn Nemez so fährt wie Nemez fährt dann hat Williams uns in ein Rennen geschlagen das ist ein Fakt wenn er gewinnt hat er uns wahrscheinlich so Alfa Romeo ja mal gucken es hat immer keine A gedrückt ich bin echt stolz das Ding ist die mit uns zeigen haben halt das Glück gehabt er war nie fucking weg Alfa Taurian hatte einen guten Ersatz da und McLaren auch heißt wir brauchen ein Rennen mit einem guten Ersatz um wieder punktleid zu sein ungefähr das ist halt mhm also Markus Besen wäre glaube ich gar nicht so verkehrt und nicht wieder Peter der Runde 1 in Maurice rein für 100 DNF geht ähm ich hab voll die Magenschmerzen das ist der einzige Essen Martin ähm hier Lizenzpunkt der ist nicht auf uns sondern von Peter Timo kannst du mal Peter Bullshit machen ich bin immer nur auf meinen Punkt über Monaco stolz ich bin immer nur auf meinen Punkt ich bin immer nur auf meinen Punkt übern überlebt ich war einfach ein Punkt in der WM süß ja ey vor vielen du bist glaube ich vor Kyokies ne ne ich bin ich bin wow der aufgehört saß der hat 6 Punkte ey ist online aber die Ehre ist aus ich dachte aber es ist das Internet ja ich habe mich noch vor 3 Wochen eine Aussage erlernt ey yo nächste Woche habe ich gutes Internet dann soll das nicht mehr funktionieren äh soll das nicht mehr so sein ah Timo ich habe euch gemerkt ne mit diesen Rennen 5 5 Rennen vor Phil und ich bin 5 Rennen vor Kyokies und 5 Rennen vor Peter weil Peter hat gepunktet bin ich travelers ja mich auf ein Arsch Ich trinke noch mal was in der 1 Minute Eine Minute Ja, du darfst auch mal A drücken dann Ja, ich will Ich will aber nicht Jena hat jetzt gerade Viochi geheiratet Bitte nicht Oh, Boah, nein Die letzte Minute ist übrigens die längste Minute meines Lebens Ja, weißt du warum? Weil Zeit kreativ ist, du, wie gesagt Dein Wunder ist kreativ Dein Leben ist kreativ Hallo Nö Fick nicht Ja, haha Klappen Deswegen mag ich keiner in der Liga Ich glaube schon Ne Du bist einfach unsere Schlampe für alles Timo mag mich Alter, heute Hat Spaß Hat schon, bekommt auch Bezahlung Ja, ich werde bezahlen von Aston Martin Von Daddy's Ich bezahle ihn, ich bezahle ihn sein Tennistraining Mein Tennistraining? Ja, und Tennisausrüstung Achso, um nur Tennis machst du nur Fußball, oder? Oh, geht's los Oh, geht's los? Ja, beides Achso Beides Man ist sportlich Zum Williams auf der 1 ist auch ungewohnt Zum Williams auf der 1 ist auch ungewohnt Habt Was fahre ich eigentlich überhaupt für Strategie? Achso, mit ihm hart Der Profit Der Steward 50% Äh, ja, Digga Habt ihr eigentlich auch keinen Ton von den Autos? Ich hör was Ich hör auch was Ich hör auch was? Hä, wieso? Ich hör, ich hör keinen Autosound, tschuldig Lea, 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 MbH Alter, da ist die Kamera Ich hör keinen Autosounds Da ist die Kamera drin Junge, ich hab meine Hände immer noch nicht gewechselt Da ist bestimmt Valdi drin Hallo Valdi Valdi, Valdi, Valdi Nimm es Oma Nimm es Oma So, mal schauen, wer fährt heute weiter? Nein, ich würde mal Autosound haben, das stößt nicht ab Hallo Valdi, hab ich mal Autosound hier Äh Ah ne, brauche ich nicht, dankeschön, alles gut Ähm 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 Gehst du wieder dasselbe Bug? Ne, ich schon nie, nur dieser Bug Oh, der Auto steht in ner falschen Box, glaub ich Weißt ja nicht Ah, ich denk dir grad so Haaa Chillig Ah, ich schau grad so, außer an der Badewanne ist so Okay So Und jetzt? Neustraa, was was Dafür gehts ja gleich Warte Oder muss der Haus vielleicht aus? Für den Park wieder? Passiert ihr noch irgendwas? Passiert ihr noch irgendwas? Hm 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 Ja Ich muss sagen, ich hätte gern grad ne Ahnung, es ist nicht so von oben, wie die Autos da grad so richtig genau stehen, weißt du? Ist das ein bisschen, ich stehe nun einfach um hier irgendwie schräg in der Box, ist ja bei Bull mittendrin, ja? Neustart, oder? Ja, müssen wir Also, tut's ja nix Also Und selbst wenn, stehen die alle ineinander oder schräg? Was? Kannst du kurz weiter einladen? Aber bitte nette Wörter jetzt hier verbringen Weil, weil die streamt Weil die ist bei mir nicht auf und rein Weil ich muss mit denen nochmal die noch mal rein Mensch, Niki Boah, warte, warte, ich geh bei ihm einfach rein Ja, okay Mach du Ach, Digga Ich freu nicht Äh, schreibst du in der Lobby, dass Lobby-Neustart ist? Ja Äh Und wenn du die Screenshots direkt schon beharrt hast, wirst du, äh, bitte weit Mensch Warum, sag die jetzt, dass ich im Brötchen holen bin Äh, was hast du Screenshots, soll ich machen? Und, äh, ne, wenn du die Screenshots hast von Qualify, bitte weitest du sofort checken Dass wir das sofort haben Äh, ja Pizza im Ofen vergessen Da muss, da muss ich die aber schnell hochladen Alter, wie Nebel jetzt einfach enthält, als Profilbild hat Können wir darüber reden, dass die Caps schon gestammt hat, seit der Video noch nicht ein Renn mitgefahren ist? Stimmt gar nicht Doch, doch, da wo sie mich den F geschossen hat Ja 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 Vielen Dank. Ja, sorry. Wirklich. Ich hoffe, die Ideali besteht, als wäre es irgendwie renn oder so. Oh, kalle Scheiß. Iiii. Iiii. Ach ja, immer wieder schön. Markus Besen schreibt. Ja, komm. Mir ist doch keine... Aber ab. Jetzt könnt ich antworten, aber es gab schon viele stehenden Autos wegen dir. Ich kann nicht nichts machen. Er hat weniger Strafenburg, heiße ich. In der Last Spring Break habe ich eh verloren. Das ist eins für ihn. Ich bin jetzt einfach nur okay. Ein kleines Okay. Kurz bisschen, kurz bisschen Stressanfangen im Fachinlager. Jetzt haben wir kein Lager in die Party. Nee, hier ist zu. Warum kann ich rein? Code, was? Jetzt kommt, jetzt kommt irgendwas mit schön Bett, das war auch irgendeine Kacke. Vergesst das Wetter nicht. Goat it. Äh, ja, einfach okay. Oh mein Gott, diese Elmose kriegt mich so auf. Wirklich? Ich finde die geil. Oh, ich kann meinen Chef umstellen. Ähm. Stimmt, ich glaube japanisch. Spieloption, ähm. Audio? Ich glaube ja Audio. Ich finde der geil, wie alle, die abgesagt haben, bis auf Cello, trotzdem schätzt sind. Ja, auf, okay, ist das schon nicht so gut. Oh, was soll denn, was soll ich Timo dabei sagen? Ja, Timo, was ist jetzt hier mit Lobby? Mach mal. Was ist jetzt hier mit Lobby? Timo, mach mal. Timo, mach hier Lobby jetzt auch. Ja, was nabert er mit Lobby? Ich hab noch nie in Lobby aufgemacht. Warte, ich schau mal Vidi und dann kann ich euch einladen. Oder Vidi heißt das. Cello, kannst du aufhören, was in den Next Race reinzuschicken? Ach mein Gott, die haben halt wirklich die Lobby zugemacht. Natürlich, ich weiß nicht, warum wir gerade eine halbe Lobby voll hatten, als wir eingestellt haben. Auf Sport ist das auch cool. Cello, was ist mit ihm? Mann, du glaubst, ich hab so viel getrunken. Ey, ist mir einfach so egal. Okay, ich werd noch irgendwas einstellen. Ach, mein Emblem oder mein Helm. Gleich im Stream. Äh, wie eben das. Brandshop, ich glaub irgendwas von Anti-Social-Social-Club. Jogi ist auf. Perfekt. Perfekt. Ey, wie kann man denn von seinem Dude den, den Helm einstellen? Wie geht denn, das Game ist so... Ah, hier. Alter, würdest du es wohl finden. Achso. Achso. Ähm. Nee, oh. Ähm. Er hat mit dem Helm, jetzt das. Jetzt das. Jetzt geht was. Das hat weitermacht, dass er so vielartig tausend Spielpunkte hat. Stopp, ich suche aber ein bisschen. Ich habe schon. Ich hab keinen. Ich hab nicht 1500. Kurz halt schon, Renau. Hä, mein Schleppchen. Hörst du dir jetzt ein Tutschgehalt? Hä? Schreiben wir jetzt alle Inf rein, das finde ich gut. Hä? Ich hab grad... Hä? Lade mal nochmal, Jani. Alter, Niki. Find. Was ist denn Find? Find ist es oder was? Jani, lad mir bitte nochmal an. Ja, Niki. Ich kann dich einladen. Ich bin nicht drin. Ich hab grad irgendwie da Eider noch angeboten, weil wir bei Twitch drin so, hä? Oh mein Gott, die Lobby-Twitch nicht so schnell. Twitch macht Lobby auf. Warum hab ich noch keine Halle? Man sollte sowas lieber PSDash machen, dass man halt immer so Gruppeneinladung machen kann. Kann man, äh, äh, kann man nicht, naja. Nee, kann man nicht. Ach, jetzt lösch ich wieder in Twitch rein. Oh, ja, Video. Nein, 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 nein. Ich lösche meinen Infi da raus, sonst kriege ich noch eine Strafe. Na Gott, die Anließe. Tschö, Junge. Warum muss ich mir selber Strafen geben? Jetzt wollte ich grad mein fucking Emblem bearbeiten. Das ist mein Okus. Hey, cool, ich hab ne Einladung. Ja, ich will grad eben schon in den Parkjahr in der Unge sind. Aber ich muss schreibe einfach in den Fahrlager rein, hab keine Zeit. Keine Zeit. Logo einstelle, Mursch. Ich muss mein Helm machen. Und Logo. Das ist wichtig, ja grad. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Und dann ist es nur einmal im Jahr. Obwohl wir schon viermal hatten. Oh, nee, oh, nee. Oh, nee. Und schalala. Schalala. Ich bin Himmelblau. Himmelblau. Oh, schalala. Muss ich jetzt mal einstecken können, ob man immer sieben Boxstrip haben möchte oder Übertragung? Ja, jetzt lässt es mir aufhören, weil Miami hat dich stehen und ich hab mich gefragt, hä, was ist denn hier verbuggt? Aber das ist das Einzige, was du selber einstellen kannst. Warum kannst du das nicht vergessen? Schreib Kalle rein. Weiß ich nicht. Himmel, wenn du das jetzt sagst, ne? Was ist ein Boxenstopp? Hm, was ist ein Gelder? Ja, frau mich auch. Was ist ein Researchstopp in der ersten Runde, weil das ist ja gar nicht so richtig, wenn man Safety gehabt hat? Na ja. Musst du nochmal Xboxen. Was will die Kalle eigentlich? Kalle muckt auf. Mein Gott, Kalle hat mich jetzt einmal in Polly geschlagen und denkt, dass er so krank ist. Ich hab Dicke geschlagen. Timo sind die Besten. Timo sind die Besten. Monto, dann bist du der Beste. Egal, ich schreib gleich teils Baul rein, wirklich. So scheißegal. Nein, nee, nicht schon wieder. Egal, ich krieg das einfach ein Quallbau, das Gift. Dann ist Ruhe Oh mein Gott, ich stelle in Quayball wie bei ihnen Wo er sich irgendwie Das ist es einfach Skill issue F1 Ich find schon als Timo die 100% Rolle hat zwar wohl Er hat zwar 100% Paarer Cool gell Wieso hat ein KiKi Diskutierer Oh nein Oh nein Marci Waren man Diskutierer hat Oh 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 Hobsgenomm Hobsgenomm Ja Ja Ich Ja Ja Marci Marci Legende Mit der Sonnenbrille auch noch ne Nicht geil? Im Netzwerk hat er geschrieben, ey Spionkala zuhatsu, wie sollst du wissen, dass der falsche Chat ist und muss die Anna auch drauf hinweisen, so aus dem Fahler zu schreiben. Kalle würde ich dritte Bier haben, so scheit es, ne? Wirklich, wirklich, ich habe überlegt, ob ich die zwei Clips noch nicht einsende, aber wenn er so weitermacht, dann... Jetzt habe ich die endgültige Frage gemacht. Ich bin Jose Mourinho. Das ist nicht der Bundeskanzler, der ist schon seit ein Jahr wegen Korruptionsverdacht zurückgetreten. Kalle schreibt, Kalle schreibt, Kalle schreibt, Kalle schreibt, wenn du jetzt verkackst, ne? Kalle legst nicht auf einen. Ich finde es ironisch. Was willst du? Du hast gar nichts gesagt. Was willst du? Du hast gar nichts gesagt. Okay, du möchte gern. Ach Gott. Ich glaube, wir haben Stur dazu wie weniger nach dem Rennen heute. Okay, das lösch ich lieber. Möchtest du auch. Oh, Hauke. Ei, ei, ei,i. Ich habe das nicht gedreht. Ich habe doch nicht gedreht. Ah Leute, ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich halte das alles nicht mehr aus. Immer auf größte Ironie, weil in Österreich treten sie zurück in Korruptionsverdachte und in Deutschland werden die gewählt. Niki, was ist das denn? Niki, das ist Matt. Was ist das? Das ist eine Zensur. Dafür müssen sie sich an Tracks schieben. Alter, Eid auch hier auf Schießen, Junge. So, jetzt vergeht euch das Reit los. Gib mal einen Krabben. Was denn? Ah ne, jetzt ist sie gar nicht schralle. Ups. Niki? Einmal kurz, gib mal einen Krabb gefrontet. Okay. Kommst du anders, dass du dir deine fünf Sprüge an den Kopf kloppen kannst. Komm ich bitte. Digga, was ist das denn? Lass mal auf Kallis Kommentar mit Kappa kommentieren. Also Kappa reaktieren. Komm runter. Ist man übrigens alle bereit. Stopp. Stopp. Wir sind nur 16. Wir sind nur 16. Wir sind nur 16. vorhin. Wir sind nur 16. Also das, was gibt's noch. So. Das ist nur 16. Das ist nicht nur 16. Ich sag nicht. Ich sag nicht mehr. Ich sag nicht. Ich sag nicht. Bravo Jungs, ich bin stolz auf euch Ich bin stolz auf euch, dass ihr Nicht mal das Himmelkoppel in einer Pallye zusammen, weißt du? Alter, würde das heute was nicht tun Kalle, du bist doch auch da drin Okay Pikachu schreibt, jetzt kommt so Halt, stopp Halt, stopp Diskursion Channel, ja Alle Gitarren, weg Die angesackten GIFs sind immer so lächelig, das ist so ein Quatsch Digga Kalle, ey was hab ich ihm getan Alter, halt deine scheiß Frisse Das gibt ne Anzeige Was? Oh, einschreibt, 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 einschreibt berückt Ich bin ja salami Ich markiere vielleicht nochmal die Drei Halt, wegrennen zurück Jetzt Kicker schreibt, bitte sag einfach, dass ihr starten könnt, ich hab keinen Bock mehr Sonst gibt es eigentlich kein Salami im rotischen Quatsch Oh, es gibt ja Pizzasalami Payback Payback Ach nein Dann hättest du ja wohl schon gesungen Ja okay, dann komm mal starten Los, los geht's Wie würdest du ausreagieren? Wie würdest du ausreagieren? Kalle! 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 Oh, 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 oh! P graphic Payback Payback Wir sagen DAAAAAANK 40 Jahre die flippen 40 Jahre die flippen Ich kenne es geil wie Weidmenschloby in euch da reinschreibt Für ItsKidCut nochmal Danke, warte Mensch. Warte, mein Chip ist der Beste. Wäre geil, ne, wenn der jetzt die ganze Zeit alleine fahren würde. Ich glaube, ich habe gestartet, wäre er jetzt. Er ist drin. Haben wir es nicht schonmal? Er ist drin. Go! Ja, ja, ich denke, er muss noch mal... Er muss ja noch eingestellt werden, und gut. Der ist doch nicht letzter gewesen. Start! Digga, was will Kalle eigentlich? Der hat doch angefangen. Jo, passt. Provozier mich nicht, Elsa. Provozier mich nicht, alter. Provozier mich nicht, alter. Payback. Ich bin eh letzter. Start, kommt so, Niki kommt von hinten und und voxt Kalle so in die Wad. Nein, Spaß. Wunderwitz. Einfach labern lassen, mach ich das. Ja, was, die FSK18. Hashtag FSK18-Steam. Lass die Leute drehen und hör ihnen nicht zu. Die meisten Leute haben ja nichts Besseres zu tun. Setup, 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 Setup. Jaaa, ich hab was auf A gedrückt. Ich wär für'n weiblichen Jeff in der Zukunft. Ja, das für dich auch. Oder für'n Ehrenjäger Jeff. Ehrenjäger Weiblich? Bei mir würde keiner auch total freuen. Wenn du gerammt wirst. Mein Gott, muss das sein. Wenn einer vor dir ist. Tadakai, Tadakai. Komm, mach weg, mach weg. Äh. Also Timo vor Runde 15, ne? Ja. Wie hat immer, äh, wie, wie sagt Dings immer, Erwin, irgendwas mit Sasageo. Äh. Äh. Was, Sasageo? Ich starte Platz 11. Sasageo, Sasageo. Klingt denn schrumpelig gegen Krautmusters. Ich hab gleich ein Auto. Hast du rechts, Digga? Hä? Wer denn jetzt? Alle. Wann denn? Hä? Gegen Niki. Ach. Alter, halt deine Scheißfresse. Alter, halt deine Scheißfresse. Ich screenshot das mal, ne? Äh. Aber das hat Bibi was richtig getan da runter. Sehr schön. Ja, halt die Flappers. 40 Jahre, halt die Flappers. Also, er hat sich ja falsch verhalten. Das musst du halt akzeptieren. Ja, die Flappers. Ja, die Flappers. Da kriegt das noch mal einen Strafpunkt. Leute, es geht noch einmal los. Okay. Just so much is okay. Let's go. Ich mach das andere. So. It does. Let's ride. Ja. Ja. Äh. Äh. Ja. Ich mach das noch. Okay, ich weiß, ich hab... Jetzt hat er verkackt. Darf ich drücken? Ach, Manu. Ich war nicht der Erste. Ich hab jetzt gerade viel Glück gewischt. Ich hoffe, ich bin schon auch viel Glück. Naja, machen wir mal andersrum. Äh, warte, hab ich... Setup? Okay. Setup hab ich. Gut. Abfahrt. Setup hab ich auch. Benzine. Strategie. Äh, keine E... Äh, ich wollte letzt sein zu Kalle. Jetzt schreit er. Du kannst uns auch nicht lassen. Lass es. Äh, okay. Äh, okay. Okay, Kalle. Wenn er, wenn... Äh. Wäre nicht das erste Mal in irgendeiner Liga. Okay. Müssen wir was wissen? Okay, jetzt ist es... Oha. Ja. Weiter auf Fahrt. Dankeschön. Jetzt erst klingt er als Letzter. Weil er war eh Letzter. Hör mal. 17! Uh! Also... Ich hab... Irgendwie hab ich Angst, dass man hier reinfährt. Ähm, probier... Oh mein neuer Helm ich darf! Probier beide außen zu sein am Start. Weil sonst... Kann sein, dass ihr innen abgeschossen werdet. Ja, ich bin... Ich bin schon außen. Genau. Bleib einfach da auf der Linie. Dann bist du auch 8er, 9er da anstatt. Weil du außen mehr Schwung holen kannst. Nicht eingebremst wird. Deswegen. Mein Auto schwebt. Heute Nacht nett. Heute haben wir noch eine Schule. Ich behörde ihn. Das ist cool. Auf war viel Glück. Soooo Alles Wohl letzgo icket. Viel Glück. Viel Glück. Viel Luk. Viel Luck. N! Du zu StNF? OZ? Hallo? Oh nein! Oh, Pikachu, was machst du? Ich hab schon wieder Frontflügel. Nein! Junge! Fucking Pikachu! Mann, ich bin vierter! Und ich hab Frontflügel damage. Oh Gott, was seid ihr der Arme? Ah ne, wer ist gestorben? Wütze! Er fütztest du gar nicht mit? Was ist denn passiert? Doch, der ist da. Der hat nur angemeldet. Oh. Übrigens kurz, dass ihr Bescheid gegeben habt. Sonst wär ich da auch reingefahren. Da hab ich, da hab ich nur in der liegen Flashbacks. Naja, ihr habt Bescheid gesagt. Ja, hast du? Das Ding jetzt da steht, deswegen. Sonst wär ich haule keiner reingelüscht. Ja, ich werde auch was reingefahren, weil, ja, der Giovanni-Nazi-Bottas-Ding. Aber Jani, Jani, du bist fünfter, ne? Oder Kalle. Alter, ich hab schon wieder... Ich muss schon wieder in die Box wegen Flügel. Ach, du bist hinter mir. Oh Gott. Das gibt's doch gar nicht. Niki, der Schild! Der schützt es Sie. Der kennt Aggression. Ja, ne, ich gehe gleich auf Harz und dann gehe ich später nochmal auf Soft. Ja, ja, das ist gut. Echt? Okay. Okay, mach doch. Ja, ich hab Frontflügel. Ich hab ein Nemez hinter mir. Junge! Pikachu, du gehst bis zu auf den Piss. Jetzt hab ich gar keine Flügel mehr. Oh mein. Alter Pikachu, was ist denn mit dir los? Jedes Mal wegen ihr. Anklag's an. Ja, was soll ich anklagen? Die hat das Vollgas bremst und ich bin in die Reif fahren. Ich hab kein Flügel mehr. Oh mein, was ist die 10 Sekunden? Dankeschön Pikachu. Keine Ahnung. Ich hab gar nicht füßen will. Ich bin mal wieder Letzter. Das stimmt nicht für CSDNF. Ja, danke. So, aber in Ungarn ist noch nichts verloren wie in Monaco. Scheiße ey. Basti. Ja, ich lass Nemez ziehen also. Das hat ja keinen Sinn. Werd ich doch. Das ist unser Markt für Stappen also. Oh mein Gott, Basti verteidigt gegen Nemez. Ja, danke Chef. Oh mein Gott. Wenn Basti gleich Nemez geht, ne? Ne, sinds doch an der Party. Ja, Couch stehen, alles gut. Also ich nicht. Okay. Achso. Oh mein Gott, der Mieter. Koucho ist in der Box. Ja. Du kannst jetzt das DRS verwenden. Pikachu Unbox. Ja, verdient. No head gegen Pikachu. Ich frag mich grad, wie konnte ich zwei Plätze verlieren am Start? Ich hab am Start sechs Plätze gewonnen. Das wird doch eine Strafe trotzdem für Nemez geben wahr. Wenn es euch mit Absicht war. Schätze? Ach. Stimmt. Ja, der Hacker für zu sagen, dass er wüstert haben möchte. Oh mein Gott, warum geht Kalle da rein? Kalle, weg. Ich denk an, die überholt hast du denn die haben. Ach Kalle ist doch vorbei. Als ob das grad wieder kurz abkürzen war, Junge, das Game. Ich war das grad wieder kurz abkürzen. Das betrifft Pikachu, denk ich so. Ja, nicht. Ich fahr durch. Ich fahr vorbei. Ich fahr durch. Ich fahr auf Kalle. Ich fahr durch. Alter, was ist denn hier vorne für ein Stauaufdauer an 9 Richt und 30? Bei dir sieht das so einfach aus. Ach du Scheiße. Also mit Kalle. Jungs. Oh, wappelte. Kevin. Kevin, ey. Was, die Junge? Hilfe. Im Bastion würde ich nicht fahren. Da kickt Patrick einfach gegen die Wand. Ich wär fast reingefahren, weil er seinen Heck verloren hat. War auch schön. Hat er gut gehalten, muss man ihn lassen. Junge, der Clip wurde mir geschickt. Das ist so geil. Kalle dreht's fast, dann dreht's dich fast. Oh mein Gott, Alter. Wir haben was auf. Durch, Bastion. Sie hat mich fast erwischt. B... Oh Gott, ja nie. Schau pratt업 auf. Hast du Schaden? Nee. Oh mein Gott. immt wär aber fast ein Raz gewesen. Danke Bastion. Ja, ist beide verloren. Ja, ich hab drei Plätze verloren. Bastion hat mich auch fast abgeräumt. Bast schon? Wzz schon !!!! oh ja für kraft zwischen kardau und kippmann kram ich werde keine theorien das war clean das war kli starke annie da ist kein kein scheiß über ich habe die stadt erlaubnis gestern gegeben und bin froh darüber dadurch hat er fair gemacht ja also der war fair 11 18 nein krank nicht dein ernst ich war ganz kurz einhundertstel im ding das gäbe ich mich doch verarschen das kommt mich denn kommt wenn selbst die kranker und müsste es glaube ich an die beiden vorbeikommen dann bist du gleich fast in die punkten jetzt bin ich im boxstock fahren ich hasse das game kannst du nicht verinnern natürlich hat straffe boxstop machen was ich habe gesagt ich fahre in box also ich fahr durch doch kann man doch heute ist kalle vor mir an die kalle ist hinterher also es gibt mal ein grammo vor mir ist kalle hat es hofft okay sportlich so jetzt geht's rennen richtig los ok ich muss dann mal vorbei ich muss nicht in die drs-zone von gib mal in camera kommen komm her ich glaube es war regelwidrig von mir nein ist passiert ich hätte noch mal ein box der waren auch gerade schon box aber er ist er hätte er ist wichtig ich höre nicht ich habe noch mal drs-zone ich habe noch mal drs-zone ein du Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jo, ok Heilsach Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden Junge, ich will's grad gar nicht sagen, aber ich komm grad Patrick näher, der mich überrundet hat Äh, alter Reifen Ich zieh grad mit Nemes Ich hab grad ne richtig gute Runde gefahren, 1, 20, 0, 0, 0, 0 Oh nein, geht gar nicht wieder Patrick ist dritte Verdammt Ja, Fazer X Harz kacken langsam ab, deswegen nicht schon so langsam Das sollte jetzt gleich unsere letzte Runde sein Oh stimmt Kipp dir erst ein Patrick, Patrick, Hallo Hallo Hallo, Patrick Komm, Fazer, die Leitme nicht höherrunden, geh weg Ich will ihn geben, kack, kann ich vor hinten sehen Ich kann mich noch mal an Benzin Und Patrick dann sagst du Sahle, Hilfe Er hat uns mal in die Runde neugierig Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 17,1 Sekunden Ein paar Dinge ganz klar und so, Haa, Hilfe Ich hoffe, was ist die weg? Er war nie weg! Ich könnte Patrick gerade überholen, aber ich glaube, lass es dir. Ja, lass mal. Ich riske hier nicht. Ich will ihm auch nicht aufwand, nicht, dass er nervös wird und dann irgendwie die Wand gerade irgendwie dann Polien verliert. Lass noch Fassetti nochmal vorbei. Pc. Guck mal, wie ich aufgeholt habe, Junge, sind gerade übel schnell gewesen. Ähm, ich habe unsere Runden... Pff, unsere Rundenzeit sind gleich verpackt. Schau mal, ja, wir sind... Also, irgendwie stimmt da was nicht. Oh, schade. Timo, kannst du aufhören, die KI draufzufahren? Ja, nein, die KI wird es oft genommen. Also, irgendwie sind unsere Rundenzeit gerade kaputt, oder? Wir sind gerade gleich auf. Hä? Ne. Das sind die Häuser, wo sie schon sehr ruten bleiben. Ja, links, wir haben auch ganz kurz Plätze getauscht. Du warst ganz kurz... Hallo, was ist denn hier los? Was? Was ist denn da für ein Spack? Junge Pikachu, drei Sekunden auf den Harz fahren. Gut gemacht. Timo, neun der Zehnter, nice. Ey, guck mal, was? Neun der Zehnter, nice. Neun der Zehnter, ey, 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 ich hätte viel... Ich war halt so schnell, ich wäre locker nur abgehoben, irgendwie P7 oder P8, wenn mich nicht fucking Pikachu wieder mein Frontflug gekostet hätte. Schade. Aber, drei Punkte für Aston, wichtig und richtig. Komm, weil er zurück ist, nimm es. Oh, der geile Ferrarianzug. Ja. Ja. Erstrunde war ja nur V10, aber wir haben kein Safety Car? Nein. 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 Gar real, aber ich habe GOT es auch noch Doc mit Pikachu es aufnehmen können. All Имop. Deine beste Runde ist richtig stark. Sag ich doch, ich war richtig schnell. Mit Medium. 28 war richtig gut, fast eine Sekunde schneller als Ryder aus seiner Besten, let's go Ich weiß, ich hätte so mehr raushen können, wenn fucking Pikachu und die scheiß Durchfahrtstrafe nicht gewesen wäre Naja Das stimmt Aber guck mal Alter, ich war übel, ich war schneller als Onzer, Patrick, Ryder Wer ist das fuck, Bowie? Hab ich auch Timo, es war, war gut Drei Punkte War aber echt, ich war, war echt stark, das Ganze Aber irgendwie war das ganz Alter, es wohnt, Alter, im Match, man wohnt es sich gegenseitig Alter, dir, Pikachu hat schon privat geschrieben, Ehre, Ehre Was hast du geschrieben? Ehre Sorry wegen Runde 1, Vollbremsung, Kettenreaktion, sie hätte mehr Aufstand machen müssen, ihr fliegen wir auch kaputt Was wär? Ja? Ich kann mich auch Ja, wir sehen's Oh nein Ja, ne, guck mal hier, die Reihenfolge, so ein Punkt, zwei Punkte Nicht nicht Schül mich auch nicht, würde ich auch nicht sagen Also Twitch, wildes Rennen, bis dann Alpha, Beta, Gamma, tschau